Der Tod von Franz Beckenbauer sorgt für eine riesige Anteilnahme. Auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel meldete sich nun mit einem rührenden Statement zu Wort. Franz Beckenbauer, 78, rührende Worte von Angela Merkel Die Sportwelt trauert um eine Legende. Am 7. Januar 2024 starb Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. Der Tod des Kaisers, wie er seit Jahren oftmals genannt wurde, kam überraschend und das Obwohl er seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, Herz-OP, mehrere Bypässe. Ein schwerer Augeninfarkt sowie seine Parkinson-Erkrankung setzten dem einstigen Fußball-Weltmeister schwer zu. Nahezu das gesamte letzte Jahr hatte er sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Sein letzter öffentlicher Auftritt war im Januar 2023. Habe die Nachricht vom Tode von Franz Beckenbauer mit großer Traurigkeit aufgenommen. Der Tod von Franz Beckenbauer sorgt aber nicht nur bei seiner Ehefrau Heidi Beckenbauer und seinen Kindern für große Trauer. Sondern auch bei vielen Freunden und Sportlern. Und auch bei Angela Merkel, 69. Die ehemalige Bundeskanzlerin soll sich laut der deutschen Presseagentur mit bewegenden Worten zum Ableben der Sportlegende gemeldet haben. Ich habe die Nachricht vom Tode von Franz Beckenbauer mit großer Traurigkeit aufgenommen, ließ die 69-Jährige am 9. Januar mitteilen und weiter. Franz Beckenbauer war eine großartige Persönlichkeit des deutschen Fußballs und weit darüber hinaus. Außerdem kam sie auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 zu sprechen. Persönlich lernte ich ihn 2006 kennen. Dem Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, die unser Land wie wenige andere Ereignisse prägte. Dass daraus ein unvergessenes Sommermärchen werden konnte, war ohne den Weltbürger Franz Beckenbauer nicht denkbar. Er schaffte es, das Motto der WM Wirklichkeit werden zu lassen. Die Welt war wahrlich zu Gast bei Freunden. Die Welt wäre ein überw separatedes Feld und wird ein Ge demonstrates. Auch gibt es zwei Vielen Dank.